Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal wieder Peguiner aus Madagascar so ein Vierer-Paket aufmachen. Und wir schauen gleich mal herein. Hier nehmen wir die beiden Figuren wieder raus und wir schauen uns wie immer als allererstes das Spielzeug an. Mal schauen, was hier drin ist. Klappert ein bisschen. Oh, es ist von dieser Nattoons Cartoon Serie. Davon der neuen Serie. Diese Plastik-Hartplastiktiere mit so einem weichen Stoffkranz oder was auch immer bestückt. Den hatte ich schon, den hatte ich schon und den Affen hatte ich schon. Jetzt habe ich den. Fehlt mir also nur noch den Löwe. Und der Papagei hier hat auch wieder dieses Stück Stoff, Fels, wie auch immer. Also ist kein Hartplastik wie das andere, sondern ist beweglich halt. Ja, was ich euch sowieso mal fragen wollte ist, was haltet ihr davon, wenn ich mal so ein Video mache, wo ich alle meine älteren Figuren, die ich jetzt nicht in diesen Videos hier geöffnet habe, sondern die ich schon etwas länger habe, wenn ich die euch mal auf dem Drehteller mal präsentiere. Was meint ihr? Interessiert euch das oder interessiert euch das nicht? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. So, als zweites haben wir hier wieder aus der Sprinti-Serie diesen weißen Flitzer. So, den werde ich gleich mal zusammenbauen. So, so sieht der Brennbolide aus. Wenn man den hier drauf drückt, dann zack, fährt er halt eben los. Ja, manchmal hält er auch nicht richtig. Kleiner Produktionsfehler, naja gut. So, schauen wir das erste Mal, die erste Figur. Das klappert ein wenig. Und da haben wir drinnen. Wen haben wir da? Oh, den Rico. So, mittlerweile habe ich ja die Serie komplett. Sprich also, ich habe alle Figuren aus der Serie. So, so sieht der gutste aus. Ja, ich habe auch von Paul diesen Rico schon bekommen. Dafür möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken. Und Herr Paul, ich bin dazu noch nicht gekommen. Aber ich werde auch nochmal einen Brief fertig machen. Du hattest mir ja auch geschrieben, was du noch bräuchtest. Und, oh, Junge gehen die schwer auf. So, das werde ich dir denn zurecht machen, den Brief. So, aber zur Zeit hatte ich halt eben sehr viel um die Ohren und bin leider nicht dazu gekommen. So, und das, wen haben wir hier? Hier haben wir Agent Geheimsache. So, haben wir hier mit diesem, ja, Rätsel-Teil. So. So, lala. So sieht der Agent Geheimsache aus. Gut. Und wer meine Videos kennt, der weiß ja jetzt Bescheid. Also, dranbleiben. Gleich kommen die Figuren, die beiden nochmal auf dem Drehteller. Also, bis gleich. So, ich packe mich. So, ich packe mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020